Man sagt wie immer, es ist der Rhein und die Chemie, der Basel so fröhlich macht. Aber ich weiss nicht, was es war. Basel war extrem fröhlich. Das Volkshaus hat uns ab der ersten Minute auf die Bühne geschossen. Wir haben das Gefühl gehabt, heute können wir alles machen. Die Stimme ist Hammer. Wenn man Stimmung im Publikum machen kann, denn bei den Schweizern ist es recht schwierig. Am Anfang sind alle zurückgehalten und am Schluss kommen alle rum und das war super. Die Leute haben extrem gut mitgemacht und er konnte auch gut die Leute anheizen. Das spürt man auch im Publikum. Er hat sehr eine Bühne präsent, er war sexy und seine Musik ist extrem cool. Das fand ich cool, ein super Konzert. Stimme und wie er tanzt und so. Er hat die Bühne erfahrt, das sieht man. Jedes Konzert gefällt mir. Ich finde es einen der besten Schweizer Künstler, den ich kenne. Sehr beeindruckt von seinem Gesang. Super Musiker. Respekt vor ihm. Seine Musik gefällt mir sehr. Benutzen.